Also, um nochmal zu rekapitulieren, Korgen ist aus Selina sauer, weil sie Terra 3 quasi angegriffen hat als General, aber die eigentliche Verbindung ist ja, dass sie Armstrong eingeäschert hat. Also da, wo wir gerade sind, ist ja Korgens Heimatstadt und das findet er nicht so geil und deswegen hat er zwischendurch mal das Bedürfnis, ihr aufs Maul zu hauen. Kann ich ja auch alles nachvollziehen, aber irgendwie muss man das da wieder fixen können. Ich kann auch nicht zwei Partymitglieder haben, die sich die ganze Zeit nur, ja wobei der eine der anderen halt die ganze Zeit aufs Maul hält, haut, hält, haut, Maul hält, Maul hält, genau, Korgen Maul hält, das, das, genau das wollte ich sagen. Ähm, ja, und genau, das, das, das offene Geheimnis um Armstrong ist ja noch mit den Untoten, dass sie hier wohl irgendwie einen Schrein oder sowas hatten, einen Siegel hatten, das irgendwie geplündert wurde. Meine Hoffnung ist jetzt irgendwie, wenn ich mit den beiden dahin gehe, dass die mir sagen, wo das Siegel ist. Und, dass dann Korgen, ja, wenn du mir hilfst, das Siegel zu holen, dann, äh, verprügel ich dich nicht mehr so oft. Das ist jetzt irgendwie so meine Hoffnung. Ach, nö. Wie viel hat denn der? Hat schon ein bisschen was. Okay, aber so viel auch nicht. Gut. Wow. Huh. Erzähl mir mal was. Wenn du sagst nur, da fehlt was, ne? Eine Art. Denk mal. Oder so. Das Siegel von Armstrong ist weg. Ja. Dieser Schrein hat die Stadt vor dem Fluch des Tages geschützt. Aber Soldaten und Kopfgegeger haben das Siegel von seinem angestammten Platz entfernt. Nun kann das Siegel niemanden mehr schützen. Und mein Volk wird nie mehr in Sicherheit leben. Die Soldaten haben die Stadt geplündert. Dugans Kopfgeldjäger haben das Siegel genommen, das in diesen Schrein gehört. Kopfgeldjäger. Das hat... Das hat... Da wusste ich nicht mal, dass man das fixen kann. Das ist aus Versehen passiert. Äh... Aber eigentlich... Wir konnten nirgendwo mehr rein, glaube ich, ne? Von wegen Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Turnen denn hier noch welche rum irgendwie? Gibt's neues Zeug? Hi. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Nur mal so nebenbei gefragt. Ne. Das sind genau die, die wir schon haben. Und ja, für Korgen haben wir gar kein Schwert. Ne, der hat... Der hat schon was Stärkeres. Okay. Das ist Verkaufen. Brauchen wir nicht. Da sind noch Kopfgeldjäger. Ihr seid doch bestimmt Kopfgeldjäger. Ja. Aber seit Aram dem Duke den Arsch versohlt hat, haben wir nicht mehr allzu viel zu tun. Was ist mit dem Duke passiert? Der ist schon lange weg. Terra 2. Der hat sich nach Terra 2 abgesetzt. Den sehen wir wohl nie wieder. Vielleicht bekommen wir bei Connor einen Job. Dem Anführer der Piraten. Er hat einen Kumpel von mir angeheuert, damit er ihm bei der Suche nach diesem Spiegel hilft. Ja, stimmt. Den Spiegel, den haben wir auch noch offen. Mhm. Ihr sorgt hier dafür, dass Frieden herrscht? Nö. Die Leute bezahlen uns nur dafür, dass wir diejenigen umbringen, die sie übers Ohr gehauen haben. Dadurch herrscht auf dem Bazar Ruhe. Einfach, aber effektiv. Kennen wir, glaube ich, schon. Was hat es mit diesem Spiegelaufsicht, den Connor die ganze Zeit sucht? Er hat den verdammten Rahmen, aber er weiß nicht, was... Ja, das kennen wir schon. Terra 2. Ich erinnere mich. Irgendwas mit dem Outlaw Canyon. Gehen wir mal gucken. Ob wir den Feind Duke da treffen. Und... Ob er vielleicht ein Siegel für uns hat. Ich würde hier erstmal wieder da am Ende suchen, wo wir damals auch Tori gefunden haben und wo wir dann nochmal hier den Pinguin eingesammelt haben. Die gönnen ja nix. Die gönnen ja nix. Da haben wir noch richtig Probleme mit den Kämpfen. Ja, wir versuchen es ja gerade, Korken. Chill mal ne Runde. Ja, komm, der lasst eh nix mehr fallen. Das ist ja nix. Da geht's. Da geht's auch nach wie vor nicht rüber. Ja, wir können da rechts in der Ecke mal gucken. Hm, wo könnte der denn sonst sein? Schade. Schon wieder. Ach, der größte Feind kommt aus den eigenen Reihen. Sehr philosophisch hier alles. Nein, die machen ja alle keinen Schaden. Heinz. War das hier irgendwo, ne? Ja, nur da, da rum. Ja, hier ist doch auch nix. Hm, da sind noch Viecher. Aber nicht die, die ich suche. Ja, kein Duke. Ja, weiß nicht. Vielleicht nur bei den Piraten gucken oder so. Aber irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so das gute Gefühl bei. Der Kopfgeldjäger hat ja gesagt, dass sein Kumpel da irgendwie angeheuert wurde. Vielleicht hat er ausgerechnet, der das Ding mitgenommen. Da ist ein Bereich, zu dem wir nicht hinkommen. Irgendwo ein Schalter oder so. Muss man einen Schlüssel finden. Ja, das hilft ja auch nicht mehr. Da ist tatsächlich eine Tür. Abgeschlossen. Natürlich. Ob das eine Tür ist? Nee. Das ist ganz normal gewachsener Fels. Der sieht immer so aus. Von solchen Dingen habe ich keine Ahnung. Beste Tür. Kannste aufmachen. Kannste durchgehen. Kannste wieder zumachen. Das ist der geheime Eingang zum Versteck der Kopfgeldjäger. Aha. Ich habe hier einige für die Invasion von Wind City angeheuert. Aha. Selina, wie sind Sie denn hier reingekommen? Wir haben Ihre Drecksarbeit gemacht. Also lassen Sie uns jetzt in Frieden. Sie bekommen nichts von unserer Beute. Wir suchen keinen Streit. Und startet einen Kampf. Seid ihr so schwach wie die da draußen? Oder seid ihr stärker? Ihr seid genauso schwach. Gut. Äh. Ja. Gut. Dann habe ich ja jetzt nur noch die Hoffnung, dass da in der Kiste irgendwas Richtung Siegel ist. Oder zumindest ein Hinweis, wo ich es finden kann. Wenn das hier schon mal Selinas Kopfgeldjäger sind, dann sind das hier schon mal genau die richtigen Leute. Was ist das? Yes. Jetzt können wir die beiden doch bestimmt fixen, oder? Er muss doch klappen. Na? Drei war's. Und alles respawn natürlich. Aber sind die beiden gleich glücklich? Äh. Da ging's lang. Ich wollte schon sagen, keine respawns kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Das ist zu früh, ne? Naja. Ist richtig. Gut. Gut. Schon wieder. Äh. Komm, geh direkt schlafen. Ähm. Siegel? Achso. Inventar. Klar. Was? Mhm. 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 Die Stadt ist komplett niedergebrannt. Wie sollen die nochmal aufsteigen? Kannst du abreißen, neu bauen, aber... Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass Corgan, also wenn Corgan sie jetzt respektiert, dass er ihr nicht mehr zwischendurch aufs Maul haut. Das finde ich schon mal sehr schön. Aber ich glaube, mal so realistisch betrachtet würde das als Versöhnung nicht reichen, dafür, dass die hier die ganze Stadt niedergebrannt hat, alle abgeschlachtet hat. Naja. Die große Frage ist, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben keinen Hinweis, dass wir als nächstes tun sollen. Wenn Darwin City jetzt seit langem mal wieder frei ist und das allererste Mal kein Schiff darüber schwebt, würde ich einfach mal quatschen gehen. Vielleicht gibt es ja jetzt hier auch neue Waren. Ja, so schon mal nicht. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um... Mh, mache ich? Oh ja. Oha. Ne, die sind ja günstig. 420 zu 93, 400 zu 360, aber hat halt mehr Cor. Ja, ganz ehrlich. Cor benutzen wir ja nicht so viel, wa? Ist das diese ominöse Strahl, den Lobo angeblich vorher schon hatte? Ja, ist's ja das. Ja, gut. Nehmen wir mal zweimal mit. Das haben wir alles schon bogenblast. Trifft alle Ziele. Finde ich eigentlich ganz gut, kann aber eh nur Grub. Ähm, wie viele nehmen wir davon mit? Ich würde mal vorsichtig 3 mitnehmen, je nachdem, was wir so an Leuten mitnehmen in der Gruppe hinterher. Boah, 5 mehr Cor ist natürlich auch nicht übel. Tja, sollten wir mal mehr Schicksalskarten benutzen? Wir versuchen da mal, uns dazu zu zwingen, mehr Schicksalskarten zu benutzen. Wow, ist das teuer. Und da wir ja jetzt auch diese SK alle haben... auf alle wirken lassen. Kann man hier eigentlich auch rumspielen, was man so machen kann? Weil was ich ja machen würde erstmal wäre... so eine Bosskampf hier, zack. Alle Barriere. Ähm, aber dann können wir ja vielleicht auch mal gucken, was Spiegel eigentlich genau macht. Oder womit es kombinierbar ist. Damit schon mal nicht. Über Höllenfeuer auf alle würde gehen. Kann man auch auf alle beschwören? Ja, kann man. Kostet auch nur 45 Cor. Ja, okay. Aber ich weiß immer noch nicht, was Spiegel macht. Achillesferse, was ist denn das? Das ist doch bestimmt sowas wie Korgens Spionage. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Was macht Spiegel? Invertiert quasi Zauber. Langsamkeitsbarriere, ist ja auch interessant. Was können wir denn inzwischen alles so beschwören? Was beschwört man? Achso, Mann. Hat er gar nicht genommen. Okay. Auf alle, verstehe ich. Kyra anrufen. Thanatos anrufen. Den hat man doch gar nicht. Die anderen hatten wir. Marduk. Ja, wir müssen mehr mit Schicksalskarten machen. Eindeutig. Was darf es denn sein? Zeug. Boah, die sind auch so mega teuer. Hellgack-Panzer und Metall. Wenig Schnelligkeit. Ja, gut. Ich lande bei 69. Das reduziert ja alles unsere Schnelligkeit. Wir hören sowas. Okay, 70 mehr Amor ist halt schon ein bisschen was. Das ist immerhin bei beiden besser. Ja, ich weiß nicht. Ich will die Schnelligkeit eigentlich nicht verlieren. Plus 1 Schnelligkeit. Hm. Wir werden hier gucken. Ja gut, der hat halt noch den ganz alten Scheiß an, ne? Das ist eh nicht der Schnellste. Was macht der hier? 73 Schnelligkeit hat der noch mal. Ich glaube, wir müssen Schnelligkeit für Amor irgendwann mal opfern. Ich würde erst noch mal weitergucken nach neuen Waffen. Weil Amor kriegen wir im Zweifelsfall auch mit Brot wegdiskutiert. Kann ich Sie für irgendwas interessieren? Waffen? Mhm. 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 Schöne Beschreibung. Schwert. Viel Power, aber wenig Strike. Hoher Strike, aber wenig Power. 480 zu 410. 440 zu 420. Ja. Ich verstehe die Frage nicht. 450 zu 410. Kannst du nicht tragen. 450. 470 zu 370. Ja. Brauchen wir wirklich zwei? Wir sollten uns, glaube ich, wirklich überlegen, wen wir als Dienstes mitnehmen. Ja. Ich würde eins mitnehmen. Weil meine Gruppenzusammensetzung hängt ja immer davon ab, wo ich als nächstes hingehe. Welche, wessen Story es am ehesten ist. Erzählen die jetzt was Neues? Ja, scheinbar schon. Was sagt er denn eigentlich zu Selina? Ist dir dein Leben lieb? Hä? Natürlich. Dann gib mir etwas zu essen. Selina! Hier, tun Sie mir bitte nichts. Wow. Küras Trainer. Okay. Ist dir dein Leben lieb, dann fütter mich. Finde ich gut. Terry, wie läuft das Geschäft? Nicht gut, Corgan. Zu viele meiner Kunden kaufen lieber auf dem Weltbazar ein. Hat die Heilige Garde bereits wieder ihre alte Stärke? Das wird noch eine Weile dauern. Aber Layla ist entschlossen, sie wieder aufzubauen. So soll sie mal machen. Aber wir haben auf jeden Fall neue Dialogoptionen. Das heißt, wir werden jetzt ganz viel quatschen. Kathy, dein Bruder schlägt sich gut in der Garde. Ja, wir sind sehr stolz auf ihn. Wie es scheint, hat die Belagerung durch die Erwählten der Stadt nicht geschadet. Der Stadt nicht, aber unseren Seelen. Und meinem Gewissen. Behandelt Layla ihr voll gut? Sie ist eine gute Anführerin. Gemeinsam mit dem Abt entwickelt sie ein neues Regierungssystem. Das ist ja schon angekündigt worden. Was hat es mit diesen neuen Erdbeben auf sich? Sie fing genau in dem Moment an, als der Fluch auf dem Friedhof mächtiger wurde. Irgendetwas in der Erde ist ganz und gar nicht zufrieden. Aha. Das ist neu. Was wissen Sie von diesem Fluch? In den letzten Wochen ist es immer schlimmer geworden. Noch was Neues? Gut, das Siegel beschützt natürlich nur Armstrong und nicht alles andere. Ist klar, ne? Die Damen in Wind City sind so charmant wie immer. Corgan, ich bitte Sie. Sie haben schon immer gewusst, wie man einer Frau eine Mahlzeit abschwatzt. Hier nehmen Sie das. Ich habe es selbst zubereitet. Seelenstein. Ist dir dein Leben lieb? Womit wird in dieser Stadt gehandelt? Ich sehe... Das kennen wir schon von früher. Hat deine Familie die Belagerung überstanden? Sie kommen mir bekannt vor. Ich bin mir sicher, wir sind uns noch nie begegnet. Wo ist Laila? Sie finden sie in der Kathedrale. War klar. Haben die letzten Erdbeben schwere Schäden verursacht? Keine physischen zumindest. Also, wir hatten ja Erdbeben durch hier Tentakel-Hentai-Welt und so. Aber es scheint hier ja irgendwie doch noch mehr dahinter zu stecken. Und ich finde es ganz cool, dass wir jetzt tatsächlich auch hier mit Celina rumrennen können und nicht alle sofort. Hier rede ich nicht. Hallo. Seht ihr aber lustig aus. Ja, durchaus. Die Stadt wird wieder aufgebaut. Langsam, aber sicher. Wind City erholt sich rasch. Seine Bewohner waren schon immer starke Leute. Sie schmeicheln uns, Soldat. Sie sehen hungrig aus. Bitte, nehmen Sie dies. Kriegen wir jetzt hier überall was zu fressen und überall so fette Sachen? Das Leid, das ich verursacht habe, beschämt mich zutiefst. Keine Entschuldigung der Welt wird uns unsere Familien zurückbringen. Das ist richtig. Wie geht es Leila? Der Abt und Leila entwickeln gerade ein neues Regierungssystem. Bete, dass dieses System in Zukunft alle Dugans dieser Welt in Schach hält. Nope. Was gibt es Neues von den Erdbeben? Es scheint, durch sie ist der Fluch noch mächtiger geworden. Okay. Done with chosen oppression. Können wir mitnehmen. Eine Sprühdose mit Farbe. Können wir uns das angucken. Kann Selina vielleicht die Farbe darunter lecken als Buße oder so? Halte ich für eine gute Idee. Hi. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ja, wir können eigentlich direkt mal wieder auffüllen. La 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 la. Schade, dass man hier nicht eintippen kann. Ah, es war halt vor 20 Jahren. Hatte man noch keine Tastaturen. Für doch, brauchen wir noch nicht Tränke. Können wir noch ein paar mitnehmen. Elexier. Lohnt nicht. Korunen haben wir noch. Müssen sowieso mal mehr benutzen. Haben auch genug von. Sphäre. Seelenstein haben wir auch ein paar. Haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Schild. Oh! Unsere LED-Taschenlampe bekommt neues Equipment. Schlagtool. Maxitool. Core-Tool. Fünf mehr Core. Ich hole dir das Core-Tool, glaube ich. 400 zu 350, 380 zu 370, 430, 390. Das ist sowieso stärker als die beiden anderen. 380, 370, 430, 390 und Core dabei. Gut, die Frage stellt sich nicht mal. Okay. Das war's dann auch, glaube ich. Psyknoten hat die eh schon an. Hier wäre mehr Vita. Finde ich relativ unnütz. Ja, Psyknoten. Wenn wir auf... Wenn wir sowieso auf Core gehen, wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn wir noch ein, zwei Psyknoten hätten. Da gibt es ein Core mehr. Zehn Psyche. Zehn Psyche, zwei Core. Ach, die hat denen das Seelen... Ja, okay, lassen wir so. Okay. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Okay, dann bleibt jetzt noch Kathedral und Regierungsgebäude. Und Leute zum Reden. Hallo, ich heiße Maya. Erwartest du jetzt einen Almosen? Mhm. Hey, ich hab immerhin geholfen, diese Stadt zu retten. Willst du jetzt vielleicht einen Orden? Mhm. Wenn dir dein Leben lieb ist. Ist der Peller noch hier? Das kann ich für dich tun. Na, auch froh, dass die alten Herrscher zurück sind? Wen kümmert schon, wer regiert, solange sie einen in Ruhe lassen? Kann ich ein bisschen nachfühlen? Du bettelst also immer noch, was, Garber? Es füllt immer einen. Ist dir dein Leben lieb, gib mir was zu essen. Hast du nichts Besseres zu tun, als zu betteln? Dorskis hat dich aus der Gosse geholt, oder? Vielleicht, aber gebettelt habe ich nie. Sondern geklaut, oder wie? demonic. Okay. Hilfe. Hilfe oder eine Dra Australian. Das war's. άλstharbara. Du hast gewillt. Du hast gewitnt. Du hast gewillt.